Nicht alles anders? Nee, nee, Chef. Also ich weiß schon ganz genau, was ich mir beziehungstechnisch so vorstelle. Erstens brauche ich eine Frau, die gut kochen kann. Und ich brauche eine Frau, die mir auch also finanziell was bieten kann. Und drittens brauche ich eine Frau, die früher gut im Bett ist. Jute, Junge, da klingt es schon mal wie ein Klapp. Jetzt muss ich nur noch sicher stellen, dass ich die drei Damen niemals begegne. So komm, ich luchte mal, aber du erfüllst an die Hände, damit du die drei aushalten kannst. Keiner ist hier müde. Wozu auch? Man haftet generell. Sonst verpasst man was. Schein ist hier sehr kostbar. Und weh. Deshalb läuft man gerne schnell. Ja, das tut man gern. Besser noch, man fährt. Und chauffiert sich. Man gibt sich gern mobil. Ja, das glaubt man sich. Das ist nichts für mich. Wie das denn? Ich stehe gerne viel. Es ist laut, doch auch gemütlich. Die Zeit laget, die keiner hat. Willkommen in Italien. Willkommen in der Stadt. Es ist laut, doch auch gemütlich. Sein magiert, die keiner hat. Willkommen in Italien. Willkommen in der Stadt. Was ich nicht ganz verstehe. Ja, was denn? Wie hält man es hier aus? Also wirklich? Es geht ja was. Geh gut. Ganz genau. Und man macht das Beste draus. Manch einer steht hier unter Stroh. Nur manch einer. Und glaubt, dass er das braucht. Doch wer braucht denn das? Oh, das kann ich gut verstehen. Und zerstörst dich oft auch. Es ist laut, doch auch gemütlich. Zeit vergeht, die keiner hat. Willkommen in Italien. Willkommen in der Stadt. Es ist laut, doch auch gemütlich. Zeit vergeht, die keiner hat. Willkommen in Italien. Willkommen in der Stadt. Varianska bis zum nächsten Mal. Musik Es ist laut, doch auch gemütlich Zeit vergeht, die keiner hat Willkommen in die Zimmer Willkommen in der Stadt Es ist laut, doch auch gemütlich Zeit vergeht, die keiner hat Willkommen in die Zimmer Willkommen in der Stadt Willkommen in der Stadt Willkommen in der Stadt